Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir, wie die schriftliche Division von Dezimalzahlen funktioniert. Also, wie man Kommazahlen schriftlich geteilt rechnet. Zuerst nutze ich diese Beispielaufgabe, um dir zu erklären, wie alles funktioniert. Und danach gibt es eine Aufgabe zur Übung für dich, mit der du ausprobieren kannst, ob du das Thema schon verstanden hast. Meine Beispielaufgabe zur Erklärung heißt 1,416 geteilt durch 0,6. Bevor ich mit der schriftlichen Rechnung beginne, verschiebe ich das Komma bei beiden Zahlen um gleich viele Stellen so weit nach rechts, dass die Zahl, durch die geteilt wird, keine Kommazahl mehr ist. Wenn ich also bei beiden Zahlen das Komma um eine Stelle nach rechts verschiebe, so wird aus der Aufgabe 1,416 geteilt durch 0,6 die Aufgabe 14,16 geteilt durch 6. So teile ich jetzt nicht mehr durch 0,6, sondern durch 6. Und da ich aber sowohl bei der Zahl, die geteilt wird, als auch bei der Zahl, durch die geteilt wird, das Komma um gleich viele Stellen nach rechts verschoben habe, bleibt das Ergebnis von beiden Rechnungen gleich. Ich führe also meine schriftliche Division mit 14,16 geteilt durch 6 durch und weiß damit auch, was bei 1,416 geteilt durch 0,6 herauskommt. Die schriftliche Division beginnst du so, wie du es aus der Grundschule oder der 5. Klasse kennst. Da die 6 nicht in die 1 passt, schaust du einfach, wie oft sie in die 14 geht. Die Antwort ist 2 mal. Ich schreibe also nach dem Istgleichzeichen eine 2 hin. Und dann rechne ich zurück, also 2 mal 6, was 12 ergibt. Und die 12, die schreibe ich unter die 14. Jetzt rechne ich 14 minus 12 und das Ergebnis 2 schreibe ich unten dran hin. Jetzt kommt die Stelle, an der du dir von oben eine Ziffer nach unten nimmst. In dem Fall die 1. Nun ist es aber so, dass ich beim Schritt von hier nach da das Komma überschritten habe, weshalb ich mir in meinem Ergebnis auch ein Komma setzen muss. Und nun geht es weiter wie gewohnt. Ich schaue, wie oft passt die 6 in die 21. Die Antwort ist 3 mal. Ich rechne 3 mal 6 zurück und die Antwort 18 schreibe ich unter die 21. Ich ziehe die 18 von der 21 ab und das Ergebnis 3 schreibe ich darunter. Jetzt wandere ich eine Stelle weiter nach rechts und ziehe die 6 nach unten. Erkenne, dass die 6 6 mal in die 36 hineinpasst. Rechne 6 mal 6 rückwärts und ziehe das Ergebnis 36 von der 36 ab. Was 0 ergibt. Da ich sowohl bei meiner Zahl, die ich teilen möchte, alle Stellen durchgegangen bin, als auch hier unten 0 heraus habe, weiß ich, dass ich jetzt mit der Aufgabe fertig bin. Und so kenne ich mit 2,36 nicht nur das Ergebnis der Aufgabe 14,16 geteilt durch 6, sondern auch meiner Aufgabe 1,416 geteilt durch 0,6. Alles klar? Dann bist du jetzt bereit für folgende Übung. Was gibt 23,36 geteilt durch 0,4? Während du die Übung machst, pausierst du bitte das Video und lässt es weiterlaufen, wenn du fertig bist. Denke daran, im Ergebnis ein Komma zu setzen, sobald du das Komma bei deiner schriftlichen Division überschreitest. Viel Erfolg! Willkommen zurück! Na dann lass uns mal schauen, ob du erfolgreich warst. Ich habe zuerst das Komma um eine Stelle nach rechts verschoben und zuerst die Aufgabe 23,36 geteilt durch 0,4, die Aufgabe 233,6 geteilt durch 4 gemacht. Dann habe ich losgelegt. Mit 4 mal 5 gleich 20 passt die 4 5 mal in die 23 hinein. Es bleiben 3 übrig und ich habe mir die 3 nach unten geholt. Mit 4 mal 8 gleich 32 passt die 4 8 mal in die 33 hinein. Zum Rest von 1 hole ich mir die 6 von oben nach unten, aber da ich hier jetzt das Komma überschreite, setze ich auch im Ergebnis ein Komma. Die 4 passt noch genau 4 mal in die 16 hinein und 16 minus 16 ergibt 0. Jetzt habe ich alle Stellen der zu teilenden Zahl abgehakt. Unten habe ich 0 heraus und damit bin ich fertig und weiß, dass 23,36 geteilt durch 0,4 58,4 ergibt. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg bei der schriftlichen Division von Dezimalzahlen. Bis bald!